wir haben einen real abschluss aber ich mache jetzt weiter auf einem gymnasium und die macht ihr fachabi yes man aber ich bin eh nicht im fußball drin also ich mag es nur wenn er sonst bitte da raus habt ihr gehört türkei und die wm ja ja ich will die linke linke studieren ob ich studieren will ist die frage ja genau kummi 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 woher ringer schien sani seid ihr turken nene albana nach abi hausfrau lustig wie uns hier in köln wieso hast du aber ich hatte das also ich habe es gesagt nach habe ich das gelesen was benutzt leute euren trendet abglieder 210 und 486 wo seid ihr in kohler gedis lustig sehr lustig welches hast gar nichts eigentlich alles ist vielleicht aber abgestimmt und das dünnere ist keiner dran gibt mal nachhilfe ich bin ich bin ich lauter ihr seid gleich von der art und haltet immer zusammen oder nicht oder nicht wir haben uns immer was ein typ ich sag dir wie es ist wie ich doch auch gesagt habe mir mit dem körper eine die lade mehr mit dem körper einer die lade auch sorry warum haben alle sowas gegen unsere sprachweise bin auch gewesen wer ist selbstbewusster von euch deutsch da wer ist selbstbewusster von uns aber ich bin ja zurückhaltender glaube ich aber das klickt daran weil ich einfach offen ich bin aber auch generell was sachen angeht schüchtern als also ja also wenn ich vor jemandem stehe kann ich dem nicht direkt in die fresse gucken sage ich euch ehrlich wie viele sterne die lade am körper von mir haben wir verstanden junge du liest und antworten nicht was lese ich nein das war nicht und ich ach so ja 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 wie alt ja jetzt kommen die noch schreiben hast du schon mal spannen ja wir hatten eine zartspann also hast du längere haare nein die hat längere haare ich habe schon seit ihr mescha dankeschön ist ein essenzbronzer so ein großer alle wir auch wenn ich bin auch geht die sie hat die fresse keine stumm wie weit ist was ich lass ich trage den trägt die linke scheiße das sind kistlösches aber die habe ich abgeschnitten und das kürzere benutzt ich habe gar keine kistlösches das ist nur real dings deine catrice bruder ich wusste ich nicht ich sage was seid auch hier seid ihr kurde nein nein wir sind die griechen hier drinnen und galatasarayde wie macht ihr eure augenbohren einfach kämmen gar nicht durch kämmen ich habe deine wimpern in der kamera sieht man doch die lade im körper von stummeschaltung am besten für den ganzen livestream da macht blocker nein nicht blocker blocker blockieren bestätigen strammkiste habt ihr freundlein was benutzt für ein shampoo so ein türkisches ich weiß nicht das riecht papa das ist mit mandel dings aber ja wie kann i make you mine never sorry never sisters jaja klar war seid ihr zwillinge hast irgendwo dein snap eingestehen ja mal im instagram schaut raus gut weil ich eh niemanden annehme ne ich hab's gemacht weil ich zu ihm annehme doch ich nehme leute an aber nur die ich kenne tut mir leid bruders ich nehme auch keine äh wie alt seid ihr mein gott mein oge juckt babypuder benutzen wir ich becke dem back time sind eure augenbrauen aus natur so oder habt ihr sie gemacht nein wir haben die durchgekämmt also das ist einfach nur du nimmst einfach ein kamm wo ist das eine bürste eine bürste so dieser mini kämmchen wo ist das seid ihr aus hessenein und kämmst deine augenbrauen das da benutzen wir einfach manchmal ein bisschen haarspray uns zu richten aber aber nicht immer weil durch haarspray fallen deine ich seh nämlich aus wie ein mann wenn ich meine augenbrauen male ich auch ich steh'n keinen augenbrauen malen es ist so kalt findest du wie am fenster offen echt kannst du machen lass mal zu also mach mal zu gummi 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 boah ich hasse diesen sound so sehr ich auch ich mag einfach kopf weil irgendeiner hat das mal auf meiner foyer page und irgendwie mag ich die person nicht ich hab' dir beide richtig ja beide richtig schöne augen vielen dank habt ihr selber augenbrauen ich hab' bisschen dicker ja haben wir und augenbrauen habe ich bisschen dicker als die die hat mehr so und meine sind irgendwie eine hässige form doch ich finde ihre sehen schön aus ich mag deine form mehr weil die so hoch geht so aber meine eine geht höher als die andere die geht so und die geht so guck mal wenn ich hoch mache ist sie so normal wenn ich locker das sind meine augen so weißt du dein Gesicht sieht direkt die kaos irgendwie also wenn du die so ja ja ich weiß oh mein gott ich bin selbstig oh mein gott gummi gummi pack dir jetzt so ein mies durch und komm nach oh toll lass aber das meinem Zwillingsbruder nein ich würde niemals ich sag niemals nie ne also man sollte niemals nie sagen so ne aber irgendwie würde ich keinen nehmen der einen Zwillingsbruder hat also ich würde einen nehmen aber dann sollte die nicht in die andere nehmen doch ja siehst du du Huren zu also tut mir leid Azra hör auf damit ja wir haben am 22.06. Geburtstag ich gebe es nur ein Ding seit ihr toppen ein Stück wäre schwarz Spaß ja oh man hat alles gehört du solltest schreiben was man gehört hat Heidi hau raus ich will wissen was du gehört hast hier ihr welche Haarfarbe Karamell Haarfarbe Karamell Seid ihr Alawiten Alawiten Ciao da Italia was machst du beruflich schule darf ich euch auf ein McFlurry einladen McFlurry ist voll Geld verschwunden nimm lieber McSunday macht ihr Eyeliner nein mir steht kein Eyeliner macht ihr Eyeliner oder sind das eure Lashes das sind unsere Lashes und wir machen Dings wie heißt das einfach Bronzing ein Bronzer also anstatt ein Eyeliner mache ich so ein ich packe hier so ein Ding dran und dann gehe ich mit Bronzer ein bisschen da drüber dass das hier so einen leichten Cut hat so ne ich auch woher aus Deutschland Köln und dann